Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen den MOSS Keyword Explorer vorstellen. Dieser ist sehr gut geeignet, inspiriert Sondere für den Bereich Suchmaschinenoptimierung, aber auch in der Suchmaschinenwerbung, um eben Potenziale abschätzen zu können. Auch hier ist es wieder so, dass nur eine sehr eingeschränkte Möglichkeit besteht, dieses Tool kostenfrei zu nutzen und ansonsten ist eben die Pro-Version wieder kostenpflichtig. Sie können aber hier bis zu 20 Suchbegriffe pro Monat eingeben und das Ganze entsprechend ausgeben lassen, sodass Sie hier dann eine Analyse zu dem Begriff Rasenmäher erhalten. Sie können dann das monatliche Suchvolumen einsehen, die Schwierigkeit, das ist ein gemittelter Wert zur Frage, wie schwierig ist es zu diesem Keyword zu ranken, insbesondere also interessant für die Suchmaschinenoptimierung und die sogenannte Organic Click-Through-Rate. Also wie wahrscheinlich ist es, dass zu diesem Keyword entsprechend auch ein Klick erfolgt und entsprechend darauf auch die Wahrscheinlichkeit eines Kaufabschlusses und hier die Wichtigkeit, also wie wichtig ist dieser Suchbegriff. Auch hier können Sie Keyword Suggestions angeben, das heißt Sie haben hier dann auch Keyword-Phrasen, die entsprechend auch nach dem monatlichen Suchvolumen sortiert werden können oder nach deren Relevanz, also wie nah sind diese Suchphrasen dann am ursprünglich eingegebenen Suchbegriff. Sie sehen also eine sehr interessante Möglichkeit, um Keywords auszuwerten, aber eben auch wieder nur sehr eingeschränkt verfügbar und dementsprechend müssen Sie sehr stark selektieren, welche Suchbegriffe Sie in die Analyse geben möchten.